Hallo meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen Me-Time. Und wenn du wissen möchtest, um was es heute in diesem Video geht, dann schnapp den Kaffee, den Kekken, Kakao, wie auch immer. Und nach einem kurzen Intro sehen wir uns gleich wieder. Die liebe Laila von dem Kanal Sweet and Cozy Home hat wieder zu einer Challenge aufgerufen. Sie macht ja immer im Sommer und im Herbst, ich weiß nicht, Frühjahr vielleicht auch noch und im Winter jeweils eine 5 Euro Challenge. Das heißt, je nachdem, was du für einen Kanal hast, kaufst du dir für maximal 5 Euro ein Produkt und stellst das vor und machst halt irgendwas mit Deko oder Palette oder wie auch immer. Ich habe letztens eine Palette gekauft und diesmal habe ich mich komplett umentschieden. Nachdem mein Kanal ja nicht nur Beauty-Sachen hat, sondern nach meinen Fress-Videos, habe ich mich entschieden, euch etwas anderes zu zeigen. Und zwar, ich liebe die Weihnachtsmanneln von Lindh. Diese hier. Die habe ich heute gekauft im Rossmann für 3,19 Euro. Das Problem mit diesem Mandeln ist einfach, dass die sehr gut schmecken, sehr viel Kalorien haben und immer zu wenig sind. Demzufolge mache ich mir diese so ähnlich im Thermomix und das wollte ich euch zeigen. Die Rezepturen wird man nie hundertprozentig zusammen haben, aber die, die ich mache, die sind ähnlich und ich sage mal, wenn ich anstatt 3,19 Euro vielleicht 1,19 Euro oder so, wenn man es umrechnen würde, vielleicht zahle. Das weiß ich nicht, habe mir noch nie umgerechnet. Mache ich mir gerne die Arbeit, weil ich verschenke die auch gern. Das heißt, ich habe mir das als 5 Euro Challenge gekauft und zeige euch jetzt in diesem Video, also im Anschluss, wie ich sozusagen meine Weihnachtsmanneln mache. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß. Bin gespannt, was die anderen, die bei dieser Challenge mitmachen, was die so alle machen. Die liebe Laila bzw. ihren Kanal verlinke ich unten. Und wie gesagt, wenn du neu bei mir auf meinem Kanal bist, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Und schreibt mir doch gerne mal, was ihr so für Weihnachtsgebäck macht oder Weihnachtsplätzchen, Weihnachtskekse, wie auch immer. Und ich wünsche dir, wie gesagt, viel Spaß bei dem Video und bis zum nächsten Mal, eure Hecke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. – Skelt, ich schirm, reconstruct. – W Baron. – Whoa, was in ein t helemaal. Bis zum nächsten Mal.